Mein moin liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge TTT mit heute dabei äh Kim, Pleggestall, äh Pleggestall, sag ich schon, warte mal, äh Frego, EyeTouch, GameTeddy, hab ich Kim schon gesagt? Hatten wir, hatten wir schon Stroh? Hatten wir Kim schon? Alter, ich komm hier gar nicht raus, komm ich hin hier weg? Ich versuch die ganze Zeit Tim Frey über das Ding und nochmal wegzuschließen. Warte, ich kann's dir zeigen, wie du da rauskommst, ich töte dich einfach, naja, aber, warte, äh, hier, du hast, warte, ich komm mal irgendwie runter, ich muss da einmal runterkommen, da, hier, ich zeig's dir. M-S-C? Hier? Ah, warum komm ich denn hier hoch? Patrick. Ah, hundertprozentig, danke Frego. Bitteschön. Hey! Was denn? Alter, willst du mich fragen? Ja, dass wir alle mitspielen. Das war ein bisschen... Strange. Guten Tag. Ah, scheiße. Wer schreit denn da? Ja, ich hab nachher 15. Die Schulgeld hat geläufelt, ha, ha, ha. Zu früh? Ich krieg's. Tschüss, Rero. Oh Gott, da hinten fliegt's. Es fliegt jetzt! Schreckt auf mich zu, tschüss! Kannst du das töten? Okay. Von welcher Richtung kam das? Oh man, ey. Oh! There is someone. Ja, man kann das Supersharf, grundsätzlich kann's das Supersharf abschießen. Okay. Hat 100 HP. Ich hab's halt leider nicht getroffen. Ja, toll, ey. Dann, wenn ich keinen Reastron brauche, dann krieg's ich wieder einen. Das ist... RNG und so. Nein! Oh, er hat... Ja, genau, ey. Ich lauf über die Shotgun rüber, krieg die Rifle und er kriegt die Shotgun. So logisch, ey, kack. Mann. Hey, hier liegt noch ne Rifle. Möchtest du die haben? Mö, shit, ich hätt gern ne Shotgun. Und eigentlich, eigentlich, ja. Naja. Was passiert. Wow! Okay, das ist richtig groß. Ist irgendwer gestorben? Naja, aber fast. Oh, Mann. Aber fast. Loll, ein Touch. Hat mir das Knie angehauen. Schon bin er. Mama! Mama! Oh, ein Scheiß. So. Ding, 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 ding. So. Ey, wenn man da auf der Seite von dieser Treppe runter fliegt... I want to ride my bicycle. Kack, Scheiß. Didi, bumm. Woah! Sorry für dich. Hä? Hä, ich hab da hochgeschossen, ich hab's kaputt gemacht. Okay, oh nein. Hinter den Zügen gibt's komische Töne. Ich weiß ja, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber... Ist so. Aber ist so. Ja, das sind Elektroschläge. Klingt komisch. Ist aber so. Ey, nein, der hat einen Stein. Wo sind denn die Traitor-Schmuchteln? Was? Wow, 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 wow. Hey. Immer langsam. Triggered. Hey. Cool. Ich würde sagen, als würde hier ein Helikopter fliegen. Wir schmeißen das Auto bestiegen. Au! Oh! Hey, Spaß. Super scharf, super scharf. Oh, scheiße. Ah, auf uns, auf uns, auf uns! Achtung, Bolle! Hä? Das ist doch voll in dir... Da fliegt's. Das ist doch an dir vorbeigeflogen, man. Ja? Warum ist das an dir vorbeigeflogen? Weiß ich nicht. Wer ist denn das? Wer macht das? Das ist doch eine gute Frage. Explodiert das auch nach einer bestimmten Zeit? Wir müssen irgendjemanden suchen, der Aparell steht. Ich hab keine Ahnung, von wo ist es denn? Ein Bar in Leidon. Ja, so hat der Alter schon mal, aber es ist nicht auf dich geflogen. Wir müssen es nicht auf dich geflogen. Wahrscheinlich, weil der Traitor ist. Wahrscheinlich, weil der Traitor ist. Wahrscheinlich, weil du Traitor bist und deswegen wollte er dich nicht angreifen. Ich kann genauso Traitor sein, so. Weil es nicht auf dich geflogen ist. Na, ich trau dir nicht. Von dir nicht. Von dir nicht. Ich weiß, von wo es gekommen ist, aber ich hab da leider kein rumstehen sehen. Ja, ich suche auch da. Wo ist es denn hergekommen? Wo ist es denn? Ja, das wollte ich kurz sagen. Naja, das braucht der Teddy grad fragen, wo es hergekommen ist. Hä, warum? Äh, warum? Wir werden sehen, dass du am Ende der Runde Traitor warst. Wow. Pff, okay. Wer oder was ist wo? Äh, okay. Was? Dip. Hä, warum bin ich das jetzt? Entschuldigung, äh. Pero? Hi. Hi. Au, ich hab verbrannt. Ah. Ich hab verbrannt. Ich hab verbrannt. Verbrannte Erde. Hallo, Hightouch. Hallo. Kim oder ein Buch oder so? Ein Hubschraubschraub. Ein Hubschraub. Ein Hubschraub. Gefrierung. Warum bist du gehört? Äh, weil ich verbrannt werde und fast und runtergefallen, alles auf einmal. Ah, okay. Kim ist tot. Kim ist tot. Kim ist tot. Wow. Also ich war hier grad bei Markus. Jupp. Ich hab den auch gesehen. Geh mal davon aus, dass Kim bestimmt schon längere Zeit da lag. Nee, nee. Der hat gelebt. Also ich bin ihm vor allem grad noch überm Weg gelaufen. Aha. Ja. Na wirklich jetzt. Also ich... Ja, das heißt jetzt, du hast ihn getötet. Ja, genau. Nee, das ist diese Logik manchmal, ne? Das ist alles sehr logisch, ja. Kim, sag uns so einfach, wer es war. Nee. Ja, du kannst auch reden, das ist nur ein Spiegel. Sag einfach. Du bist nicht echt tot. Bitte. Bitte. Hm. Oh. Ja, runtergeflogen. Ich hasch grad die pure Angst. Ja. Ja, keiner mehr. Bei mir her, du gelangweilig. Lol, Herr Krero, bist du's vielleicht, hm? Hey. Ich hab' langweilig, weil mich keiner tötet. Ja, läuft. Ich will getötet werden. Also wer nicht Traitor wäre, dann wäre schon lange was passiert. Das ist korrekt, ja. Das würde ich dir sogar zutrauen. Ja, ich geh doch schon. Was ist denn los? Oh, ich bin Traitor. Achso, was? Oh, ich bin Traitor. Okay, Alter. Das Kidding. Oh. Was ist los? Ja, ich dachte, ich hab' dir was gesehen, aber anscheinend doch nicht. Markus tot? Du dachtest, dich hat etwas gesehen. Nein, nicht. Ich hab' was gesehen, hab' ich mir gedacht. Hallo, Eintouch. Ich werde beschossen, hier. Bolle, glaub' ich war's. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, Eintouch ist tot. Na gut, und jetzt? Was machen wir jetzt, ihr beiden Traitor? Ich müsste es nicht mehr verstecken. Am besten reden wir auch ganz cool. Langweilig, wenn ich mit mir selbst rede. Hey, wie geht's dir, Freero? Gut. Ich bin ein toller Mensch. Danke. Ja, gut. Dadurch, dass es eh schon aufgefallen ist. Also, zumindest bei mir. Ja, Freero. Wie geht's dir? Was machst du? Ah, ich verbarrikabiliere mich tatsächlich. Ah, ja. Das war mir fast klar. Weil, ich finde einfach, dieses ganze Töten oder so, das macht mich so fertig. Mhm. Dann brauchen wir mal eine Ruhe. Ja, kann ich verstehen. Ist dir so? Ja, nur so. Warum sind hier die Fenster dunkel? War zu faul, richtige Fenster einzubauen. Oder er hat das Haus gar nicht gebaut, sondern ein bisschen. Ja. Wirklich. Hm, versuch was wert. Alter, hab ich mich erschreckt. Shit! Mach das nicht nochmal, ja? Nein. Oh. No. Hm. Ja, schade. Ja. Nicht Outplay. Was für Outplay. Achso. Playgestalt ist gestorben? Ja. Also, ich wollte, ich wollte eigentlich... Wer war das mit dem Superscharf? Mach kurz doch. So wie ich's gesagt hab. Ah, du wick... Ah! Was? Da wollte ich Eintouch mal richtig schön... Hey, hier liegt ne Crobo. Ja, und dann... Hast du mich gesehen, wie ich gesprungen bin? Ne, oder? Ja, hab ich. Ah, okay. Du warst ja relativ weit oben, also auf Augenhöhe. Ja, am Ende. So hoch! So hoch! Kann kein normaler Mensch spielen. Hat hier irgendjemand mit dem Superscharf getroffen? Ne, ich glaub nicht, oder? Ne. Nach der Zeit ist das dann halt... Oh, Mann. Schon wieder innocent. Ich hab keinen gesehen. Alles klar. Alter, das ist KOS. Markus ist tot? Wie, Markus ist tot? Ist Markus tot? Das hat der gemacht? Hä? Nein. Nein, ich hatte sich... ...zu oft an der Vagina gekranzt. Okay. Band in der Muschi. Oder ein Typ nur so. Oder das. Oder er ist tot. Oder... Ja. Ich hab's zum Glück aus Entfernung gesehen. Wo ist das? Wo fliegt's rum? Jetzt weiß ich's nicht mehr. Ich hab' ich ja versteckt. Wow. Kim, 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 Kim... ...Halt, das Lauf weg. Explodiert das eigentlich irgendwann mal so von selber? 5, 4, 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss. Echt jetzt? I touch, I touch, I touch, I touch, I touch, I touch... hallo natürlich nicht er ist noch da doch ich habe gesagt das habe ich so nicht nur bist du noch da gehörte okay rocher 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 rochee hier ist eine waffe wie Maturasa oder wie die scheiße heißt Maturasa? Maturasa? Amaterasu Tiramisu ja okay okay Kim hier ist dir egal dass Markus hier liegt was du willst mich verarschen? wer den wohl getötet hat super scharf IGN gleicher Schwede die Leute mögen die super scharf Bego ich hab den überall gesuchten Dürgen sogar gesehen das war nice wie du mich gekillt hast das war echt cool achso hier hey es war richtig ja dein Tod war richtig weird ja ich hatte den Fass in der Hand er kommt zu mir aber ich habe selber dann so gedacht okay nice ich hatte den Fass in der Hand er kommt zu mir sagt Hallo Friro und dann werfe ich meinen Fass zu ihm und dann schnell zu Shotgun schießt das Fass ah ok nice ja das war wirklich cool ich hätte eigentlich erwartet dass du irgendwie sofort schon weg gehst aber du standest da halt noch so ein Sekündchen ja ich hab ich muss ganz ehrlich sagen dummerweise wie immer habe ich dem vertraut ja ok bam 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 das war einfach nur frech sollte man generell ja nicht achso ja am Anfang ja das war wirklich frech und dass du nicht geahnt hast dass ich dich getötet habe ja weiter Jesus nein nein so was ist das hier richtig schnell ja das ist die zweite Runde dass mich einer am Anfang wegmachen will ja ich stand ein bisschen leider zu weit weg für die Shotgun als dass ich aber ich hab mit der Pistler auf ihn mitgeschossen also Markus ist safe für mich ja Kim und ich Kim wo bist du ja standoff mit Kim ich klee mal lieber irgendwo rein ne ich riech schon da super scharf ja ok oh Frero ja ja geh warte ich guck nach unten das heißt hier geh warte ich guck nach unten ja er tut so als als könnten wir ihm trusten er sollte mir nie vertrauen na das will deswegen sage ich er tut so hey Markus servus du auch hier ja ja ich versteck mich hier äh tschüss Patrick du sagst mir wenn du einen super scharf hörst was ja du sagst mir wenn du einen Traitor siehst alles klar wir sind uns einig ja ja wir sind du komm raus komm raus wo immer du bist komm doch gleich weg davon schade what was 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 bitte nicht bitte nicht das bin ich 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 ja hast du das gehört ja was war das cloaking device ja ok ich bin wo denn nein so nicht Markus! Ja? Komm mal her. Ich hab nen Plan. Das heißt, wenn ich gleich Kim abschieße und er sofort rumfällt... Ja, komm. Bitte... Wuh! Sieht er uns, sieht er uns. Äh, bei der Hütte ist er gerade. Wo? Beim Haus. Das ist ein Danger. Er ist doch nicht. Ich bin Danger Power. Aha. Seid ihr drinnen oder was? Nein! Loll! Ich bin gegen Kim gelaufen! Alles klar. Markus? Ja? Wir sollten uns vielleicht den Weg offen lassen. Ich rieche nämlich ein C4. Das macht nichts. Nein, das macht überhaupt nichts, wenn wir da drinnen durch ein C4 draufgehen. Markus! Pass aus, die Runden nimm ich! Oh, oh. Äh, äh, Patrick. Zu Hilfe. Da ist doch was aufgegangen. Ja. Ist es denn? Er ist drin! Oh. Gut getroffen. Och, ne! Ach! Na, jam, Ich hatte keine Waffe in der Hand. ich war unsichtbar ich guck mir dann die leiche an plötzlich lebt zwei credits noch von dir nehmen können und dann hast du mich gesehen wenn ich direkt vor der gelandet und du bist in mich reingelaufen ich glaube frero ist es weil wir alle hier sind einfach mal random hater verteilen jetzt haben wir es komplett eskaliert was heißt hier achtung war da nicht jemand gerade nein da ist ein fass explodiert nein da war keiner drin was war das naja das habe ich auch gemerkt aber warum einfach so rennen im kälte zuerst auf euro euro nein warum nicht weil wir alle zusammensteigen nicht ich bin nicht immer trifft es nicht so ok ich schieße auf euro ist er hinter den zügen so wer lebt wer ist jetzt als tot world a hot looking device Vielen Dank. Mach die Tastatur leise. Vielen Dank. Ja, eine Eskalation. Ja, ein bisschen. Markus, die Schweinebacke. War zu dem Zeitpunkt schon tot, ja. Ach so, du bist nicht super scharf. Na ja, liebe Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neufz im Kanal seid, ein Abo würde mich sehr freuen. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Und may the fun be with you. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020